Hast du ein Foto gemacht? Warte, wir müssen noch ausräuchern. Ja, mach mal. Wie ging das an? Ich wollte es nicht mehr mit dir angehen. Nein! Du hast Adfield ausgewählt. Das Parabol-Mikrofon wollte ich eigentlich noch gar nicht nehmen. Obwohl doch, das vielleicht um den Geist zu finden. Vielleicht ist es ja gar nicht verkehrt, ne? Wie heißt denn der? Marie Johnson. Marie Johnson. Nur auf Einzelpersonen. Nur auf Gruppen. Ähm. In welchem Modus spielen wir? Hmhm. Warum? Weil wir haben überhaupt keine Vorbereitungszeit. Was für einen Modus hast du genommen? Ich hab mal Profi genommen. Nein, das ist okay. Ich bin Profi. Ich wollte mal gucken, wie das so vom... Ist Profi vor oder nach Albtraum? Vor. In der Garage. Ich hol mal die... Ich hol mal die Autoschlüssel. In der Garage. Hinter der Wand. Ruhe. Ein unfassbarer Krach. Marie Johnson. Blumenkohl in dein Gesicht. Geist. Das brauche ich ja dann doch nicht, ne? Welche Tür hat sie denn jetzt gemacht? Äh, naja, die Garagentür. Ich, äh... Ach so. Ach so. Was? Was? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ich hab jetzt auch die Tür hier aufgemacht. Mein Gott, sie hat die Tür aufgemacht. Ich hab die geklimpert. Vielleicht hat sie irgendwas umgeschmissen, oder? IMF. Aber sie war bestimmt an einem der... Ja, den linken hat sie ein Stück aufgemacht. Und jetzt war sie hier an der Tür. Kleinen Moment. Ich hab IMF 2. Sie war schon wieder an der Tür. Ich... Oh, die Tür ging richtig weit zu. Die Tür ging auf. Auf ging die Tür. Ich hab IMF 2. Aber kein Fingerabdruck. Kein Fingerabdruck. Nee. Vielleicht hat die keine Finger. Vielleicht wurde sie zerhackstückelt. Kann man die nicht auf dem Auto platzieren? Oh, Minus Temperatur. Die hat halt so komisch gewackelt. Minus Temperatur hier hinten. Wo ist hier hinten? Ja, wo ich stehe. Ach, da in der Ecke. Ja, okay. Ja, ich hab die Kamera auch in die Richtung. Aber ich muss erst mal gucken, ob die funktioniert. Weil die wackelt so, wenn ich die da abstelle auf dem Auto. Oh, Minus 2. Oh, tschüss. Tut mir leid, dass du gestorben bist. Äh, Minus Temperatur. Ja, ich hab das verstanden. Minus Temperatur. Hä, wo bin ich denn hier, Alter? Ich komm in diesem Haus nie klar, ey. Das mit der Kamera funktioniert. Also die läuft auf jeden Fall. Aber die können wir uns später angucken. Lass erst mal den Geist machen, solange wir noch Sanity haben. Ja. Das ist jetzt wichtig. Ja. Dass wir nicht ewig im Auto chillen. Das ist wichtig. Wichtig. Okay, ich hab das Buch drin und den Dotz-Projektor. Jetzt brauchen wir noch die Musikbox, wollte ich gerade sagen. Geisterbox. Damit wir ein bisschen talken können. Und eine Geisterbox hast du? Ja. Fingerabdrücke hast du, äh, UV hast du in der Hand. Was haben wir nochmal für Quest? Sanity, Räucherstäbchen, Bewegungssensor. Den nehm ich auch nochmal mit. Minus Temperaturen. Der Rest ist ja drinnen, ne? Alter, in der Kamera ist so ein richtig ekelhaftes Individuum zu sehen. Es ist weg. Es ist weg. Lauf. Wo willst du hin? Warum? Warum nicht? Hast du Angst? Ein bisschen. Das ist dein Modus, den hast du eingestellt. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Und ich hab keine Kamera. Ich hab keine Kamera. Oh mein Gott. Hör auf zu lachen. Das ist nicht lachen. Ich kann den Bewegungsmelder nirgendwo, äh, Bewegungssensoren nirgendwo anbringen. Doch kann ich. Oh mein Gott. Es ist ein Kind und die war hier hinten. Hä, ich hab nur eine Sache mitgenommen? Scheiße, ich brauch Kruzifixe. Ganz viele. Kruzifixe. Kruzifixe. Oh. Superlot nochmal. Da wirst du ja Kürre im Magen. Okay. Wir haben aber keine, ich, ja. Kannst du auch ein Kreuz nehmen und wir schmeißen beide rein? Deins habe ich da unten hingelegt. Obst. Ja, 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 ja. Mein Gott. Ja, ja. Hab ich verstanden. Das ist alles cool. Okay, Obst. Hast du das? Obst, ja, Obst. 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 Oh, hab ich jetzt gleich nur Obst. 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 Bewegungsmelder. Ja, die Quests habe ich erfüllt. Was, er dukt. Das habe ich ganz nebenbei gemacht, während du mich mit Obst vollgequatscht hast. Ähm. Ne, dein Kreuz habe ich hier hingelegt. Guck mal. Da, da, da auf dem Boden. Da. Hä? Da. Wo? Verarschst du mich? Wo ist denn da? Na, da, wo ich hingucke. Na, da. Nein. Hier, da. Siehst du das echt nicht? Du verarschst mich doch hier. Ich lege dir das auf frisch. Am Lautsprecher. Da. Da ist nix. Bist du auch. Weiche von mir, Dämon. Jetzt kann ich nur eine Kamera mitnehmen, so. Das interessiert mich doch nicht. Das interessiert dich ja wohl. Bewegungsensor. Ja, mach mal ein Foto. Ja, von was? Von dem Spiegel. Welchen Spiegel? Im Flur ist ein Spiegel. Okay, habe ich nicht gesehen. Wenn du das sagst. So. Da hinten kam sie, wo mein Kreuz liegt. Warte, ich mach kurz Spiegelfoto. Tatsache, hier ist ein Spiegel. Hast du den schon gesehen? Ja. Wow. Hast du einen Knochen auch schon gesehen? Nein. Kannst du da mal gucken gehen, bitte? Äh, wie hieß sie? Marie. Marie Johnson. Zeig dich. Marie Johnson. Erscheine. Den Spind hat sie. Wie viele Beweise haben wir jetzt? Zwei. Also Buch, Box, Fingerabdrücke oder IMF. Oder Dots. Oh my goodness. Das ist jetzt ja kacke. Nix. Nix. Marie. Könntest du eventuell, äh, falls es dir keine Umstände macht und es dir zeitlich irgendwie möglich ist, wobei du bist tot. Was hast du schon zu verlieren? Dich einmal kurz zeigen. Nur kurz. Einmal erscheinen. Bitte. Das Blumenkohl. Oh mein Gott. Und in welchen? Ich kann den auch runterbringen. In welchem bist du? Nein, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht. Du hast dich jetzt nicht eingesteckt. Wo bist du denn? In welchem Bade? Hier. Da. Oh oh. Hast du dein Licht aus? Ja. Okay. Gehe ich nochmal in eine Hocke. Mit C. Und warum heulten die so? Eine Mimose. Oh oh. Ich habe kurzzeitig gedacht, dass die jetzt mich kacke. Welt macht, ne? Also das mit dem Foto wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir können nicht in der Garage bleiben. Es sind... Ist die jetzt weg? Ja. Es sind möglicherweise beide Kreuze verbrannt. Oh, sie hat meine Tür aufgemacht. Welche? Deine auch. Ja, ja. Und vor allem die schnell für ihre kurzen Stummelbeine. Oh, raus hier, ey. Ja. Kannst du einmal die Alarmanlage ausmachen? Das nervt ein bisschen. Ich gehe selber. Mich nervt es nicht. Kannst du gucken, ob sie ein Buch geschrieben hat? Siehst du? Nee. Kann man nicht sehen, ne? Kann man nicht sehen, ne? Kann man... Kann man nicht sehen? Ne. Geh doch nochmal rein. Wie sieht unsere Sanity eigentlich aus? Oh. Meine ist geil. Ey. Wir haben die unter 25%-Quest geschafft. Jetzt fresse ich alle Pillen. Ey. Gib her. Warum? Da. Bück dich. Heb es auf. Ich befehle es dir. Ich ziehe meinen weißen Punkt nicht. Heb es auf und... Und jetzt ist es. Ist, was ich dir gegeben habe. Was brauchen wir noch? Yoga. Röchersträfchen. Ich habe einen ganz verspannten Rücken. Guck mal. Wir wissen ja gar nicht, äh... Welcher das überhaupt ist. Nee. Ist. Guck mal. Ich habe einen ganz verspannten Rücken. Einmal durchbiegen. Ah. Das ist kein Sinn für Humor. Hast du eine Kamera mit? Nö. Hast du... Irgendwas mit, was wir jetzt brauchen? Räucherstäbchen möglicherweise? Nö. Kamera. Okay. Gut. Wenn du die Kamera nimmst, nehme ich Räucherstäbchen. Weil, ähm... Wenn sie kommt, räuchere ich sie aus. Das ist der Plan. Oh, die Herdkreuze sind verbrannt. Habe ich doch... Hab ich doch schon gesagt. Buch. Und tschüss. Hast du ein Foto gemacht? Warte, wir müssen noch ausräuchern. Ja, mach mal. Wie ging das an? Ich wollte es nicht mehr wie die angehen. Nein. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin nicht am Arsch. Kannst du die Haustür aufmachen? Ich lauf durch. Hallo? Hab ich. Okay, ich komme. Der Reverend. Ich hab keine Ausdauer mehr. Na? Lass das. Buch, okay. Warte. Revenant, okay. Ah, ein Kinderspiel. Ha, der Geist war ein Kind. Wie ging die Räucherstäbchen nochmal an? Ich hab Feuerzeug mit... Ja, Feuerzeug und das muss... Mit F, ne? Mit F. Hast du's nicht gemacht? Nein, hab ich nicht. Ich hab linke Maus, rechte Maus, E und dann... Oh, nein. Ich hatte vergessen, wie das ging. Und dann hatte ich Panik. Kannst du mitkommen? Die reagiert auf Leute, die alleine sind. Und? Komm mal mit. Die ist auch vorhin auf uns losgegangen, wo wir zu zweit waren. Ja, aber da waren wir oben. Geh. Komm bitte mit. Du hast immer einen Profi eingestellt. Und? Verhalten mich ja auch wie einer. Ja, ich auch. Nee. Friss Blumenkohl! Räucherstäbchen in dein Gesicht. Du bist so ein Schwein und ich wusste es. Ich hab's so gewusst. Wolltest du noch ein Foto von der Kleinen machen? Hast du das überhaupt hingekriegt? Nö. Ich hab die da sowas von reingeschmissen und die haben so dermaßen geräuchert. Die hättest du doch in der Hand behalten müssen. Ja, hab ich doch kurz. Und dann hab ich die reingeschmissen. Normalerweise zählt das. Das zählt eigentlich. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben nochmal Stäbchen. Boah. Jetzt müssen wir beide da schon wieder reingehen. Wegen dir, du Trottel. Aber wir sterben noch. Aha, wegen dir. Ja. Kack dir mal nicht im Schlüpper. Wer schreit denn hin? Ich nicht. Komm, komm. Ja, geh. Du musst doch vorgehen, Marc. Nein, muss ich nicht. Du musst vorgehen. Alter, ich hab's geschafft. Jetzt aber. Jetzt hast du's hingekriegt. Ja, weil ich ein krasser Typ bin. Interaktion sogar. Hab ich ein Bild gemacht. Haha. Ja, frag mich doch ein. Was für eine Interaktion. Wo du Geräucherstäbchen gemacht hast. Ha. Oder ist da irgendwas passiert? Ja, du hast sie ausgeräuchert. Nein, dass die vielleicht irgendwas geschmissen hat in dem Moment. Weil auf dem... Auf dem anderen Räucher... Hier, guck mal. Von wegen. Ich hab nicht richtig geräuchert. Das ist so... Ja, man sieht das gut. Ich hab... Weil ich ein Profi bin. Up in the base. Base. Ja, mal den Rücken knacken. Der Geist war ein... Ah, scheiße. Das war ein Revenant. Hä? Ich hab's eingetragen. Hä? Hast du nicht. Hä? Jetzt hab ich das gemacht. Ja, haben wir geschafft. 225 Taken haben wir gekriegt von Revenant. Ausgeräuchert haben wir ihn eliminiert. Mal einmal. Und... Angestellt wie Profis. Keine Angst. Nix. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020